So, oben ist wieder ein Tarnkommando, Tarnkommando, eine Tarnüberraschung oder so. Ist auch gut, Tarnkommando. So ein Duo aus Tarnranger und Superkommando, Tarnkommando. So eine Fusion. Fusion. Und jetzt hier epische Musik einleiten, genau. Fusion! Servus, meine lieben Jungs und Mädels. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies. Ich spiele heute den Hot Rod Schnapper, denn der wurde sich gewünscht. Und snack direkt mal den erst weg. YouTuber ist natürlich auch dabei. Sag mal, hallo. Und ich spiele heute die Mysticblume, hallo. Mysticblume. Die wurde sich zwar nicht gewünscht, ich glaube, mir niemand Wünsche stellt, aber ich finde die trotzdem... Ich mag Leute, die man aufladen kann. Fand ich auch früher mal extrem geil, aber das einzigste Manko ist eben, die schießt nur, wenn man klickt. Klickt? Ja, wenn man... Ein Klick gleich einen Schuss halt, ne? Weißt, was ich meine. Ja. Ja, die schießt halt nicht automatisch, wenn du gedrückt hältst. Ah, siehst du, wollte ich mal was sagen. Kann doch nicht sein, dass du den nicht plattkristig bist. Mal, irgendwo da oben ist einer gestorben. Ich guck mal gerade, den Turm hier. Komm mal mit hoch. Äh, ist keiner, ist keiner da. Ja, wie dieser Ortser auf mich die ganze Zeit ballert, wenn er sich nicht gefressen wird. Erzumseleiten, da die Blume. LOL. Wie der Dingens hier gerade hingeschmissen hat. Genau hier, wie ich den Ortser gefressen habe. Hat der Boss-Bolus gerade die Heilung hingeschmissen. Sehr gut. Probier mal... Habe ich gerade echt 2020 schadend gemacht, oder waren das nur 220er? Ich bin ein 220er. Oh Gott. Heil dich bitte einfach. Danke. Oh, 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 oh. Das übernehme ich nicht. Na, schade. Ich wollte es versuchen. Ich wollte es versuchen. Äh, hier konnten wir doch auch als Sonnenblume hoch. Dann wird mir das viel besser gefallen eigentlich. Irgendwie als Kaktee. Okay. Weißt du, den Charakter sollte man nur spielen, wenn man auch zielen kann. Was ich ja bekanntlich weiße nicht kann, ne? Ja, man kommt hier oben drauf. Guck mal. Ich bin oben drauf. Äh, wo? Cool, hier kommt man mit jedem Charakter hoch. Geil. Wo bist du denn überhaupt? Achso, da, ja, da kommt man hoch, ja. Ich habe das mal über das Geländer gemacht. Wie hast du es gemacht? Ja, hier über das Geländer, ne? So, dann auf dem Busch, glaube ich, war das... Na, nee, halt. Nee, nee, aufs Vordach, genau. Und dann quasi hier oben drauf springen, richtig. Bando. Komm, nutze ich die. Geht schneller. Du, als Schnapper ist das ein bisschen... Ja, ein bisschen blödsinnig, aber so, dass man es weiß, immerhin. Ja. Ich will doch gerade keiner kommen, ne? Irgendwie nicht, ne? Haben irgendwie keinen Bock, die... Zombies. Natürlich war genau dieser millimeterdünne Laternenpfahl im Weg, ne? Natürlich, muss sein. Das gehört so. Echt, bin oben? Ah! Ah, bin runtergeflogen, okay. Mann, ich bin runterge... Mama! Bin runtergeflogen, hab das Bein gebrochen oder so. Ich... Ich habe hier gerade Shredmail gelesen, aber es war irgendjemand anderes. Hm, 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 hm. Oh, der wird ja hässlicher aussehen, natürlich, ne? Hm. Ich bin grad die Zom-Mods am kaputtbeißen. Oh, alle kaputt. Ah. Der Zom-Mod-Töter hier. Du kannst sogar nachlesen. Oben. Ja, ich kann mal den Teleporter probieren, jetzt, wenn ich mal voll bin. Ja, jetzt prob' ich mal den Teleporter zu holen. Hinter dir. Drück mal. Hm? Ach, hi. Na, Raudi-Schnapper. Ah, da ist ein... Ist ein Raudi. Oh, oh, oh. Jetzt kann ich mich aber gleich tun. Oh, ja, oh, ja. Oh. Oh, lol, wo kam der denn her? Ah, Mann. Bist du noch am Teleporter? Boah. Ja, bin ich... Ich bin gar nicht interessiert. Ja, der Typ hat noch 10% deswegen. Nicht schlimm. Egoal. Mal Zom-Bot weg. Läuft eigentlich ganz cool gerade, muss ich zugeben. Oben auf dem Turm ist jemand. Bist den weggeknallt. Äh, warte. Da ist ein Ingenieur, ist da. Na, momentan gerade... Nee, ich geh' aber hoch. Warte kurz. Ach, hier ist jemand auf dem Dach noch. Tschüss. Okay, der ist auch wieder kaputt. Sehr gut. Immer nach oben. Äh, okay, geh' grad nicht mal ein anderes hoch. Komme ich jetzt vielleicht mal zum Teleporter? Oh, da ist ein All-Star drin. Jo. Komm. Meiner. Heilung. Man schmerzt mal gerade, wie cool der Hotline-Stab eigentlich wieder ist. Der ewig nicht mehr gespielt. Der hat erst cool. Der spiel ich aber. Auch mehr öfters. Loll, der Zombie lebt noch. Boah, warum sprinten die immer da alle weg, ey? Schade. Aber wir schauen es nicht, die Zombies. Die stellen sich gerade ein bisschen blöder an. Ich treffe mit der Nix. Hm, schade. Zack. Nix weggesnackt. Ach, das war fies. Ach, das war auch schon weg. Okay. Jaja, da ist so ne Erbse die ganze Zeit dran. Und ich hefte auch auf uns nochmal ein bisschen. Komm, komm ins Bild, komm ins Bild. Perfekt. Zack. Perfekt. Wir fressen. Oh, Mann, jetzt habe ich ein Spiel abgeschossen. Das ist mir ein bisschen witzig. Achte, hinter dir, hinter dir. Ich fess mal, das Gitter kannst du kaputt knallen. Ja. Nice, mich noch eingeschlemmt gekriegt habe. Ach, schade, Mann. Das war nicht mal ich. Das war die Bärenerbse da. Bärenerbsenwerfer. Dingensbummens. Jo. Äh. Ich würde sagen, dann war es das. Aber schon ein bisschen schlecht. So, kaputt. Komm, KI-Kill noch. KI-Kill. Schade. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir für noch eine zweite Runde hinterher liefern. War ja fies so kurz. Die Flaschen. Oh, schön. Ja, sieben Kills, würde ich sagen, lief auf jeden Fall. Ganz gut. Für mich nicht. Ja, für den Fernkämpfer jetzt nicht die beste Leistung. Nein, Quatsch. Ja, der eine war recht gut. 20 Kills. Einmal gestorben. Das ist ein Cheater. Ja, der hätte viel mehr killed, also wirklich. Ja gut, wahrscheinlich, ne? Na gut, mal gucken wir mal. Kann man meistens an den Kills festmachen. Das sehen wir dann auf jeden Fall gleich in der nächsten Runde. Bei mir zumindest mit dem Hotwatch-Napper. Bei dir. Oh, das ist ein Bot. Kann auch sein. Keine Ahnung. Wegen der Zahlengenerierung. Bot? Bot 5.961.918. Ja, ich weiß, das war keine richtige Zahl. Wollte ich gerade sagen, es ist nämlich 59.619.000. Aber egal, gut, jedenfalls bis gleich zur nächsten Runde. Hallöchen. Zurück zur zweiten Runde, ich sterb wieder alt. Ja. Rägt ja gut an mit dir. Ja, ne, ich bin besser. Pam, von eingeschleimt. Machen kalt. Was war das denn? Ja, was ist wahr. Möchte ich wiederbeleben? Ich versuch's mal. Nee, brauch's nicht. Ah, nee, das ist ein, das ist ein, nee, danke. Kein Interesse. Ah, geh weg! Ah, geh weg. Ich bin Outlaw. Ich bin gestorben, ich bin so fett, ich bin der Tuba. Ich bin fett und hässlich. Ich bin dumm und klein und jung. Ich bin der Tuba. Ich bin jung. Das war die Beleidigung. Ja, das war die Beleidigung. Das war die Hardcore-Beleidigung. Ich kann den Teleporter von dir einfach treffen, ey. Vielleicht haben sie so komischen Namen. C-3-H-T. Voll der Name. Ja. Es ist halt, weil die sind cool. Den Teleporter weggeholt? Okay, nee, dieser... Dieser 238-Level-Spieler, ne, der hat ne Habschuss-Serie. Und da ich, ja, wie bekannt schon ein Wichser bin, äh, hol ich den jetzt weg. Ach, Mann. Ja, oben auf dem, auf dem Dach ist ein, äh... Hier oben, guck mal, auf dem Dach ist ein Dingens drin, da ist ein, äh, Townranger. Ich kann mit der nicht. Schnapp, schnapp, schnapp. Hier oben auf dem Dach, da oben auf dem Dach, da ist ein Townranger. Eigentlich müsste er sein. Ach, ich bin auf die andere Seite. Ja, ich hör ihn doch. Jetzt hab ich das gefressen. Boah. Natürlich hat er da noch seinen Zeckel benutzt, diese Sau, äh... Hast du das gekriegt? Nein, ich bin wieder... Ich kann mit der nicht, ich kann mit dieser Sonnenblut nicht. Pass mal auf, lad nicht immer so viel voll. Schieß auch mal normal mit der. Ja, mach ich. Du darfst dich, du darfst dich immer nur, immer nur aufladen, die Schüsse mit der. Ich treffe halt. Ja, dann kannst du einfach nicht zielen. Eben. Ich hab jetzt den Batscheuer reingesetzt. Ich hab den Batscheuer reingesetzt. Das ist richtig fail, Alter. Ne, ne. Wirst du mich verarschen? Na, endlich. Die sind doch nicht alleine, die Leute hier. Immer hast du die... Die waren das noch da sind. Ja, oben ist wieder ein Tarnkommando. Tarnkommando, Tarnüberraschung oder so. Ist auch gut, Tarnkommando. So ein Duo aus Tarnranger und Superkommando. Tarnkommando. So eine Fusion. Fusion. Und jetzt hier epische Musik einleiten. Genau. Hä, wer trifft mich denn hier? Jetzt will ich aber wissen von Wohne. Der Typ, der dich... Boah, instant tot. Der hat mich durch die Wand getroffen. Okay. 25 Leben instant tot. Äh, wen hast du auch nicht gerade getötet? Irgendein... Irgendein Fußsoldaten. Weißt du, wie hieß der? Keine Ahnung, wie der jetzt hieß. Ich bin schon auf 80 Grad. Weil anscheinend könnte der ein Hacker sein. Er hat mich gerade irgendwie durch die Wand getötet. Das kann natürlich sein. Urgh. Weißt du, den... Warum treffe ich den nicht? In den Prozitas extrem. Urgh. Boah, wo ist dein Problem, Alter? Das ist scheiße. Äußer, Alter. Komm schon. Ja, Alter. Ich will aber den All-Star-Maker. Kommst du den? Da. Drei Schüsse und keiner trifft. Meiner. Boah. Boah. Das ist doch, ne? Nice, bin eingeschneppt bekommen. Mein Kalt! Hab ihn mir fressen. Hast du bestimmt noch gesehen in der Animation. Nein, ich hab da stehen da. Genau. Oh, versteh ich. Du was? Da ist das irgendwo ein Fußhalter. Totgebissen. Okay. Wir haben auch keinen Ingenieur. Irgendwie kann das sein, oder? Das schafft der jetzt irgendwie nicht. Mann! Ich glaub irgendwas stimmt mit dem Schuss der Blume nicht, ey. Weil ich hab so oft jetzt grad direkt getroffen. Aber ich mach einfach keinen Schaden. Und wenn, dann mach ich nur 50. Oh. Was ist das denn bitte? Bei Kills, ne? Das ist so erbärmlich. Ja, so ein bisschen ist scheinbar wirklich nicht dein, ne? Hier einfach. Komm. Den will ich aber. Hier den Allstar, der da links steht. Mann, Kalt! Da! Der hier! Ja, ich. Ich hab's drauf. Ich mach euch die ganze Zeit schaden. Oh, danke. Wenigstens einer, ey. Das Leben? Ein bisschen. Kommst du wahrscheinlich? Totgebissen. Cool. Warte, 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 warte. Halt da. Schaffen die nicht mehr. Halt da, halt da. Gewonnen! Sehr schön. Okay. Hyper, Hyper! Fuck, die Edeka-Werbung. 6700... Das ist nicht die Edeka-Werbung, das ist das Lied von Scooter. Ich weiß, aber ich mag trotzdem die Edeka-Werbung davon. Ich mag die Frau. Wenn ich an Hyper-Hyper denke, dann ist es das Lied und nicht irgendeine dämliche Werbung. Ja, ich hab das Lied noch nie gehört. Ja, hör's den mal an, das Lied ist absolut geil. Egal. 2,4er HD hab ich auf jeden Fall. YouTuber hat leider nur 3 Kills, aber du bist immerhin... Okay, jetzt bist du Dritter. Nice. Egal, du hast Supporter gespielt, ist doch okay, du hast doch deinen Job gut gemacht. Wir haben noch gewonnen. Von daher, kann's nicht so verkehrt gewesen sein. Gut, dann würde ich nämlich sagen, dann war es das für heute. Zumindest bei mir, bei dir auch aber, oder? Auch, natürlich. Ja, dann könnt ihr uns natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen, was wir als nächstes spielen sollen. Schaut natürlich auch bei mir als anderen mal rein, was der so gezockt hat. Oder wenn ihr die Sicht des anderen sehen wollt, guckt einfach da rein. Ja, und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Woche wieder. Nächste Woche. Nächste Part meine ich natürlich. Ja, macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen. Tschau. Tschüss. Hey. Wando, den wollte ich haben. Meiner. 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 Ich will den haben. Weg. Yes. Meiner. Bau auf. Letzte Stufe ist wichtig. Ich hab ganz früh gedrückt. Es müsste Meiner sein. Es müsste Meiner sein. Es müsste Meiner sein. Es müsste Meiner sein. Bitte spielen. Oh. Ja. Haha. Meiner, Baby.